Du hast also Zeit? Ah, klasse. Okay, wann bist du da? Prima. Sie kommt gleich. So, da bin ich, Rainbow. Sag, wo liegt das Problem? Ich bin heute Abend auf eine Party eingeladen. Ich habe keine Ahnung, was ich anziehen soll. Kannst du mir bitte beim Aussuchen helfen? Na klar. Lass uns mal einen Blick in deinen Schrank werfen. Wow, das ist schön. Das könntest du doch anziehen. Nein, das geht nicht. Das hatte ich bei der letzten Party an. Ich glaube, ich muss zu Hause bleiben. Quatsch, Rainbow. Du hast so viele Sachen zum Anziehen. Ich bin mir sicher, wir finden was. Mal sehen. Ah, das sieht doch schön aus. Dieses Outfit? Nein, nein, das geht nicht. Und was ist damit? Nö. Wow, das ist doch schön. Rainbow, dieses Kleid gefällt mir. Probier das doch mal an. Ja, okay. Rainbow, zieh doch bitte auch noch die Jacke drüber. Okay. Na, was denkst du? Und soll ich diese Schuhe anziehen? Hm, dieses Outfit gefällt mir. Allerdings, die Schuhe passen nicht. Probier doch mal diese Stiefel an. Rainbow, das ist ja mal ein cooles Outfit. Nur schade, dass du keine langen Haare mehr hast. Hm, das ist kein Problem. Schau mal, Nicole. Ich habe zwei Perücken. Ich kann ja eine davon tragen. Hm, das sind ja tolle Farben. Hm, setz die hier mal auf. Na, wie findest du die? Sehr schön. Probier auch mal die an. Dreh dich mal um. Hm, ich glaube, die gefällt mir besser. Ja, du solltest diese Perücke tragen. Dankeschön, Nicole. Jetzt muss ich aber los. Sonst komme ich zu spät. Viel Spaß, Rainbow. Tschüss, Freunde.